wunderschönen guten abend leute euer bladen wieder hier und heute mit einem weiteren champion spotlight wie ihr seht und diesmal ist es vega ja leute ich habe meine abonnenten hat gefragt wie ich ein gameplay oder commentary von vega machen kann weil er ihn spielt oder gern spielen will ja heute glück gehabt heute ist es soweit ja wie ihr seht gehe ich die wünsche meiner abonnenten auch gerne ein dann fangen wir ja mal gleich an der kuskel ja leute der kuskel ist ganz wichtig für vega erstens wie soll ich sagen ihr kriegt wenn ihr ein minion tötet immer ein fähigkeitsstärke dazu also das ist zum last tippen wirklich sehr wichtig und für die damage als erstes würde ich den kuskel hoch machen auf fünf den e-skill das ist ja der stun also die kage will ich auf eins lassen dem w-skill würde ich auf jeden fall auch gleichzeitig hoch machen mit dem q die beiden das muss eine schöne kombi geben aus den drei skills qwe und die die kommt später dazu ja wega regeneriert 0,75 prozent für also mana her für ein prozent was fehlt dann machen wir mal schnell hier bisschen attack attack so ich hatte aber sein geld habe ein million ein ap dazu bekommen ja leute ihr bekommt nur ein ap dazu wenn ihr mit dem kuskel jemanden killt wenn man wirklich den gescheit spielt dann macht er epige damage das ist hier noch mal für euch so noch mal ein ap dazubekommen ist wirklich nice ich zeige euch mal alle drei skills ja der w-skill da fliegt von unten runter auch ganz wichtig für die kombo und schön laster nicht vergessen leute ja bega nur auf der mid lane spielen wichtig nur auf der mid lane ja der jugger denkt auch er macht schon dafür haben wir ja die boots gekauft das ist das erste item was sie gekauft sind die boots und drei heilträger schaut der w-skill macht auch schon heftigen damage das ist abnormal für dich ja danach wenn ihr euer kill habt 2 dorans ringe kaufen wichtig dorans ring zeige ich euch 80 leben 15 ability power also 15 fähigkeit stecken und fünf manor per second wenn ihr zwei habt dann reicht das vollkommen aus danach würde ich cage lucky pick kaufen warum den ja erstens ihr kriegt 25 ap und eine 10 sekunden 5 gold bringt euch schon mal einen schritt weiter nach dem cage lucky pick die scorer schuhe also die zauber schuhe für magie durchdringen und das erste item also das erste richtige item was sie kauft ist die rubber bands hier habt ihr eine kombi gesehen gar nicht ja dann danach kauft sie ja moment hier antin nach kauft ihr euch ein jetzt Das bringt nochmal 70 Fähigkeitsstärke und 40 Magie-Durchdringung. Danach als nächstes Sonjas Strunkenglas. Danach kauft ihr... Danach kauft ihr Schleier der Todesfehl. Das findet ihr unter Defense, Armor... Nee, warte. Das müsste bei Mana sein. Mana? Da genau. Ja, was bringt das 350 AP? 350 Mana, 50 Fähigkeitsstärke? 45 Magie-Rassist. Und ein Schild, was euch schützt gegen Stun und so weiter. Danach... Ups, sorry Leute. Danach würde ich noch als letztes... Als letztes einmal Stab des Erzigenes kaufen. Ja, ganz wichtig. 400 Mana, 25 Mana, 45 AP. Und für jede Mana, also für mehr Mana die ihr stackt, bekommt ihr noch mehr AP, also Fähigkeitsstärke. Also heißt das eventuell... Und nochmal mehr Schaden. Und Senglas ist ganz wichtig. Das ist eigentlich der Full-Bild dann. Vielleicht habe ich meine Ulti, dann zeige ich euch mal schnell die Kombi. Und die Ulti haben wir. Gehen wir mal ganz kurz zurück und kaufen uns ein Dorans Ring. Ja. Und dann zum Ring haben wir gekauft. Uh. Was ihr noch dabei habt ist... Flash und Ignite, ja. Flash zum abhauen, Ignite. Auch, dass ihr AD bekommt, also... Während ihr keinen Mana habt oder sowas, bisschen mehr Base Damage macht. So, mal schauen, ob ich die Ulti bekomme, weil Vega spiele ich auch nicht allzu oft. Das müsste eigentlich... So war's eigentlich soweit von mir auf unserem Vega-Treat. Ja, Bescheidung werdet ihr noch mehr sehen. So, dann macht ihr noch mehr. So. Ja, Leute, dann wünsche ich euch eine schöne Gute Nacht. Viel Spaß bei den Pölzer, ne. Wenn ihr sowas noch öfter sehen wollt, sagt Bescheid. Schreibt es unter den Kommentaren. Euer Playden. Peace.